so da sind wir wieder und jetzt ja ich glaube wir hatten alle ballen so weit ja darunter geschafft jetzt müssen wir mal gucken das war daraus entsprechend das feld machen was es werden soll dahinten müsse seine ich weiß gar nicht wie wir das direkt angehen hat einmal gucken genau so das hier ist es mitarbeiter naja ich weiß gar nicht muss ich mich jetzt auf das feld drauf stellen oder wie gute frage ne ich selbst habe keine taschenlampe okay jetzt stehen wir drauf jetzt müssen wir irgendwas machen können hoffe ich irgendwie ging das ich weiß was nicht mehr wie ja kannst du im haus beschäftigen ok ich würde sehr gerne um ändern lassen wenn ich jetzt noch wüsste wie das ging dass man das hier um ändert komisch also wir können uns mal gucken immer noch ein bisschen knete übrig hinten ist ja so ein kleineres feld dann kaufen wir das und beim kaufen kann man immer sagen was es werden soll und dann sagen wir ihm halt ich würde gerne noch was ich irgendwas hat so kauf und verwandle in obstgarten genau erledigt jetzt nur die sache wie kriege ich hier einen obstgarten drauf mal gucken lernprogramm obstbau hier ok kann man nicht flügen ok brauche ich wahrscheinlich jetzt entsprechend diese maschinen dann halt ne ok 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 speziell maschinen das wird interessant das heißt wir müssen noch maschinen kaufen naja bin ich mal gespannt wie wir das jetzt hinkriegen also auf den traktor und dann fahren wir erstmal zum gebrauchtmaschinenhändler gucken ob der was hat und dann zur not kaufen wir halt eine neue maschine und ansonsten haben wir ja zig ballen die wir auch verkaufen können das geht dann auch schon irgendwie beziehungsweise ne 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 ernte haben wir so nicht mehr äh zumindest doch ein bisschen was müsste noch da sein ne mal rein hier also kurz mal wegpunkt setzen genau supergut ich muss immer an die sims denken ja vielleicht sollte ich mal die sims wieder spielen in den vierten teil aber ich weiß gar nicht hatte ich für den vierten alle erweiterungen ich bin mir gar nicht mehr sicher also tief und tief alle nicht also mit mittelalter und so denn das hatte ich nicht gehabt ähm hm war das vor oder hinter dem schloss ich glaube dahinter naja komm wir fahren mal hier quer durch übers feld machen wir hier ist eh nichts angebaut das geht schon hm hm da können wir zum schloss fahren ok und was macht man beim schloss die geisse jagen ja wer weiß ok das sieht irgendwie nach steilen klippen aus das sollten wir nicht machen glaube ich gerade bei einer simulation bei der ähm ok was ist jetzt los ist ja jetzt in den boden reingeglitscht ist ja auch geil na oh also schicken wir das fahrzeug zurück ist ja auch geil das ist irgendwie so ein häufigeres problem habe ich den eindruck ne hm naja komm rennen wir halt so hin was solls kann ich sterben weiß ich gar nicht also wir sind anscheinend unkaputtbar also unsere maschine kann die ganze zeit kaputt gehen aber wir nicht ok auch interessant ja hier sieht man mal wie komfortabel dieses ähm teleportationsfeature vom landwirtschaftssimulator ist wo man sich überall hin teleportieren kann jederzeit ja gut klar die maschine jetzt nicht aber zumindest nicht selbst gerade wenn man halt mal zu dem händler will oder sowas ist das dann doch ganz angenehm hier muss man halt immer selber hin so wie in echt auch ne ja da vorne ist er ganz schöner aufwand und wahrscheinlich hat er jetzt noch nicht mal die maschinen die wir brauchen ja ich befürchte es auch voll sumpf mäßig irgendwie hier ne ja wobei es sieht aus wie so ne trauerweide oder ja irgendwie schon finde ich ja voll hübsch die bäume ne trauerweiden ja so wie pappeln pappeln sehen auch voll cool aus so gleich geschafft erst rein so Obstplantage genau und zeig doch mal was haben wir da ähm Spritzgerät so unnötig grün ja ok das ist zum ernten und das ist ne pflanzmaschine ok naja warte mal da muss ich jetzt die maschinen entsprechend wegschicken also bis auf den traktor den traktor behalte ich jetzt hier weil mit dem werde ich da hinfahren ähm pflanzmaschine nach hause genau so der sieht ja cool aus naja du brauchst jetzt so einen kleinen traktor ne um dazwischen durchfahren zu können ist ja cool ja mal gut dass die hier alles haben ähm obstspritz der ging 38.000 wow naja kaufen wir das dann hier und das dann auch gleich genau mit dem unnötigen grünzeug wegschneiden das finde ich glaube ich ganz sinnvoll ähm wo ist denn hier die plattform das genau nach hause und dann jetzt bitte noch das ding hier einfach ja schade mit dem düngegerät dass wir das entsprechend nicht ähm auch noch mitnehmen können aber was solls ist jetzt nicht zu ändern so ist ja cool hehehe hammerhart ey so ein kleiner mini traktor hier hat was ne mhm hehehehe super geil nun denn dann fahr ich das ding mal bequem nach hause zurück und dann sehen wir uns morgen wieder in diesem sinne bis dahin euer mister zocker so 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 so